Der nasskalte Winter ist echt nicht schön zum Biken, aber dann sichtet man einfach alte Aufnahmen aus dem Sommer und ich zeige euch heute den Rollercoaster Floatway. Der Floatway besteht insgesamt aus einem hier rot gekennzeichneten Abhil-Part, der ist nicht von der Schwierigkeit rot und hier blau gekennzeichnet, den Downhill-Part mit ein paar netten Features, aber für Kinder ist er auch locker machbar und deshalb war ich dort auch unterwegs. Viel Spaß beim Video. Verzeiht noch das Quietschen und die Kameraperspektive. Im August hatte ich noch nicht so ganz den Dreh raus und das Quietschen waren echt keine guten Bremsbelege mehr. Bis zum nächsten Mal. Jetzt im Dezember im Videoschnitt fällt mir echt auf, der Floatway bietet auch für Fotoschnitte schöne Features, Sprünge, kleine Tables. Also, ich werde ihn nochmal besuchen. Es ist lohnenswert. Boah ey, die Bremsen bringen kann man auch nicht. Eieieieiei, wie ich da die Kurven fahre. Zum Glück ist das jetzt schon besser. Aber insgesamt ist der Floatway schon eine Autobahn, muss man sagen. Sehr anspruchsvoll, nicht aber paar nette Features. Und das Coole daran ist doch, man kann dort mit Kindern auch unterwegs sein und denen den Spaß an dem Sport beibringen. Links seht ihr übrigens den Apple-Part. Es schlingelt sich die ganze Zeit bergauf und es ist echt mal cool, sowas zu fahren. Also, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ja. 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 Wisst ihr was? Jetzt wo ich diese ganzen Sommeraufnahmen mir anschauen muss. Das Ganze hier einspreche Ich vermisse echt dieses Wetter Ich gucke jetzt hier gerade raus aus dem Fenster Es regnet mal wieder Es ist matschig, es ist frisch, es ist kalt Es macht nicht so viel Laune zu fahren Ich fahre diese Off-Season zwar die ganze Zeit Aber wenn ich jetzt so welche schönen Anlieger komme Schön trocken sehe Boah, ich habe wieder Lust auf den Sommer Wie sieht das bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare Echt gut Oh, ich habe jetzt eine Mobilbahn Wenn man auf einer gemeinsamen Tour der schnellere Fahrer ist Sollte man auch regelmäßig mal Pausen machen Um uns zu schauen, ob hinter einem alles in Ordnung ist Als mein Neffe und mein Schwager ankamen Habe ich dieses Schlankfigchen entdeckt Da geht auch der Fall hin Guck mal hier Mein Neffe war dort das erste Mal auf dem Floatway und ich muss echt sagen, der hat sich echt super angestellt Wie der gefahren ist, muss ich schon sagen, Respekt, also wenn du das hörst, hast du echt toll gemacht Ich bin schon mal hier Ich bin schon mal hier Ich bin schon mal hier Ich muss echt sagen, selbst hier im Videoschnitt fällt mir wieder auf, wie super dieser Floatway gebaut ist. Und das in Niedersachsen, wo jetzt nicht so die starke Community ist. Es ist echt super, was inzwischen beim Sport möglich ist. Und im Rahmen dieses Videos habe ich mal nachgeforscht, wer hat das denn gebaut. Und naja, das war die gleiche Firma, die in Winterberg die Float Country gebaut hat. Also zu meiner Schande muss ich sagen, ich war selbst noch nie in Winterberg. Aber die Float Country, die sah einmal ganz so ordentlich aus. Muss ich mal besuchen und das scheint echt super gebaut geworden zu sein. Deshalb, ich kann es nur empfehlen. Neben diesen echt tollen Floatway gibt es im Bad Satt Stadford auch noch den Bike Park. Dort hat man verschiedene Sprünge, eine Drop Batterie und wir haben uns dann einfach entschieden. Wir fahren vom Parkhats aus zu den Tables. Und dann haben wir mal einen Rennradfahrer gejagt. Kannst du auch hier anfahren. Dann sind wir schräg runter. Ja. Nee, ich komm. Ich mach euch was anderes. Willst du mit dem mal runterfahren? Nee, ich hab halt durch meine Schuhe angekommen. Na denn. Komm rein. Ja, die würde ich inzwischen auch anders springen. Aber man lernt nie aus. Wollen wir gleich mal hinterher? Kleiner Tipp an die Rennrad- und Cross-Country-Fraktion. Mach den Sattel doch einfach runter. Lässt sich leichter springen. Nice. Nice. Ja, sieh. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Und mit diesem Steinfeld entlasse ich euch nun ins neue Jahr. Habt eine schöne Saison, fahrt Rad und viel Spaß. Halt Stopp, wenn euch das gefällt, liken und abonnieren nicht vergessen, ride on.